Hallo Schönen Leute, Willkommen zurück zu Let's Play, Kino hat Recoded. Im letzten Part haben wir unseren Herzen getötet und jetzt sind wir im Schloss des Infalts, also eigentlich in Chains of Memory. Ich weiß, es heißt Chain of Memory, aber ich sage irgendwie immer Chains of Memory. Ich weiß nicht, woran es liegen könnte. Was geht hier vor? Weltenkarten sind Illusionskarten, sie lassen Trugbilder erscheinen. Erscheinung aus Jiminy's Tigerbuch, auch Grundlagen der Daten, die du repariert hast. Ich habe was repariert? Und wer ist Jiminy? Ach ja, richtig. Du bist ja wieder der, der du warst, als du die Insel verließt. Du erinnerst dich an keine Zereignis, trotzdem sollst du die, die du hier triffst, kennen. Muss ich das verstehen? Und was soll ich tun, wenn ich die Illusion treffe? Das liegt ganz bei dir. Wie? Du kannst tun und lassen, was du willst. Vielleicht rufst du sogar Dinge hervor, die gar nicht im Tagebuch standen. Das macht überhaupt nichts. Denn alles in diesem Schloss oder Personen oder Ereignisse ist letztendlich nicht real. Ich bin völlig frei. Genau. Doch dein Handeln ist nicht ohne Konsequenzen. Es bestimmt, was du am Ende erhältst. Hey, warte, wer ist da? Hm, das ist doch... Selfie! Hm. Ja, ein Datenschussschwert. Okay. Selfie! Was machst du denn hier? Du stellst Fragen, hier hängen wir doch immer rum. Was? In diesem Schloss? Was für ein Schloss? Hast du einen Sonnenstich oder so? Ich dachte, ich soll hier Illusionen sehen. Aber anscheinend gilt das eher für Selfie. Oder ist sie etwa selbst einer? Was mummst du da vor dich hin? Als hätten wir jetzt für so etwas Zeit. Seh dich doch um. Die Blöcke sind los. Und zwar nicht zu knapp. Blöcke habe ich nicht. Nee, kann nicht sein. Die vermiesen mir echt den Tag. Kannst du dich herausfinden, wo sie herkommen? Danke, Sora. Seh dich gut um, okay? Okay, sehr viel. Wird gemacht. Oh! Zu klein. Wir suchen, ob da... Ja, da ist ein Objekt. Yeah! Attacke plus hier. Ähm... Tumme dahin. Zack! So, drehen wir mal mit Waka. Ich will mit Waka reden. Hey, Sora! Überall tauchen diese Blöcke auf, Mann. Ist bei dir alles in Ordnung? Äh, ja. Hab gerade ein ziemliches Déjà-vu, glaube ich. Oh, außerdem kommt Tidus nicht von seiner Erkundung zurück. Kannst du vielleicht mal nachsehen, was los ist? Klar. Super, danke, Mann. Tidus ist hier schon auch in der Nähe. Ja? Beschränke dich nicht darauf, eventuelle Geschehen ist. Einfach nur zu kopieren. Suche nach neuen Dingen. Dann eröffnet sich die womöglich alle ihre Perspektiven. Okay. Werden wir auch machen. Ich mache jetzt nicht die Hauptsache hier. Schon jetzt denn nur dieses Teil da. Ha! Huh! Äh, hier... Wow! Ich meine, wow! Krass für Sache. Gegen Feuer. Plus 4. Und das tun wir dann hier hin. Ähm, da ist es ja. So. Weil... Da sind wir ja schon was glitzern. Beeindruckend. Hä? Wer... Wer bist du? Was geht dir vor? Warum ist heute Schadlosche? Ich finde die... Kampfmusik im Kassel Oblivion so geil. Dies geil. Blitzwürfel Kaffee Max. So, hier ist der nächste. Ich hatte die geredet. Alle Achtung, du hast wirklich ein gutes Gespür. Doch hast du nichts Besseres zu tun, als mich zu verfolgen. Nö. Brrrr! Hm? Ich habe nichts anderes von dir erwartet, Zora. Riku, was machst du denn hier? Ich möchte dir etwas zeigen, das sich weiterbringen wird. Und das wäre? Eine verfolgende Wahrheit. Die nicht Teil der Erinnerung ist. Ich möchte, dass du sie erfährst und fühlst. Wenn du das sagst, ist es bestimmt sehr wichtig. Okay, Riku. Danke, Zora. Schließ bitte deine Augen. WTF? 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 Das war's ja du mit Kairi. Stimmt, ich war lustig, um euch zu finden. Mein Herz war von Dunkelheit zerfressen und Kairi hatte ihres verloren. Doch du hast uns gerettet, Zora. Weißt du was, Kairi und ich mich verbanden? Hast du gerade vielleicht etwas gespürt? Ein Gemeinsamkeit, Schmerz, Zora. Ohne Herzen sind wir nicht mehr wir selbst. Es war der Schmerz der Selbstverlust. Was würdest du in so einem Fall tun, Zora? Euch helfen natürlich. Ich würde euch euren Schmerz irgendwie nehmen. Eine andere Antwort hätte ich von dir auch nicht erwartet. In der Tat hast du uns gerettet. Habe ich? Sag mal, warum eigentlich diese ganze Kinovorführung? Ich wollte dir zeigen, dass du immer du bleibst, egal was passiert. Dir werden von nun an zahlreiche Wahrheiten begegnen. Du wirst vergessen und verlieren, was dir wichtig ist und verwirrt sein. Gut möglich ist, dass das alles sehr weh tut. So sehr, dass du Angst hast, dich zu verlieren. Aber das wirst du nicht. Nicht du. Was auch immer passiert, folge einfach deinem Herzen. Wenn du das tust, kannst du vielen helfen. Du brauchst dich dafür auch gar nicht besonders anstrengend. Sei einfach du selbst. Okay. Ich zähle auf dich, Zora. Nanu! Es ist niemand mehr hier. Extra Korte. Und, wie war's, Zora? Hattest du Spaß mit den Fälschenden 50ern? Hör aus, du vor meinen Freunden zu reden. Klar, es war nicht so wie immer, aber... Freunde, sagst du? Dann verrate ich mir doch bitte mal, wer diese Freunde waren. Nicht schlecht ist das, als sie da waren. Was? Das gibt's doch nicht. Warum kann ich mich nicht erinnern? Hast du denn vorher nicht zugehört? Alles, was hier passiert, ist eine Illusion. Dein Heil entfüllt wahre Enden oder unwahre dabei. Und jedes wird zu einer Karte. Ja, ja. Doch sobald die Illusionen verschwinden, wirst du alles, was passiert ist, vergessen haben. Was? Was ist so schlimm daran? Dass du dich an etwas erinnerst. Zeig doch. Nur, dass es für dich irrelevant ist. Stimmt ja gar nicht. Meine Freunde sind mir sehr wohlwichtig. Ich kann mich vielleicht jetzt nicht erinnern, wen ich getroffen habe oder was passiert ist. Aber bestimmt fällt mir das bald wieder ein. Wie du meinst. Schon wieder Karten? Dies war sogar gleich fünf. Auf dieser ist eine Stadt abgebildet. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Und auf dieser, hm, ein Garten, nee, eher ein Irrgarten, seltsam. Eine Arena für Kämpfen? Für, hm, sagt dir gar nichts. Und hier eine Wüstenstadt? Netter Palast, gibt's den auch in echt? Ein Grotex-Emporragendes Schloss? Hm, irgendwie unheimlich. Sie alle beruhen auf den Daten des Tagebuchs, die werden dir weitere Illusionen zeigen. Doch diesmal wirst du keine Freunde treffen, nur Leute, die du von der Insel nicht kennst. Und das will ich dir noch nicht verraten. Die Person, die du jetzt triffst, kannst du so mies behandeln, wie du möchtest. Wie bitte? Wir kümmern sie alle, sind Fremde und Illusionen dazu. Leere Datenhülsen, die keinen blassen Schimmer haben. Die Narren lassen sich ja sogar dieses Schloss aus ihrer Heimatwelt verkaufen. Sie sind eine minderwertige Illusion, die derweil entdrückt ihre Real. Du schuldest ihnen keinen Respekt. Außerdem vergisst du sie ja sowieso sofort wieder. Dich werden also keine Schuldgefühle plagen. Wie auch, wo du doch kein Herz hast? Von wegen, was? Ich bin, handel Leute doch nicht einfach so schlecht. Wenn ich sie verletze, würde ich das nämlich bereuen. Und selbst wenn ich mich nicht erinnern kann, blieb dieses Reuegefühl. Oder das meinst du sicher mit Schmerzen, oder? Warum sollte ich solche Schmerzen wollen? Das ist eine gute Frage. Hey, wie? Komischer Typ. Welche Risikation benutze ich? Also lauter fremde Leute? Hm, klingt eigentlich ganz spannend. Oh. Kommando. Können wir irgendwas aufbessern? Nein? Okay. Oh. Einmal safen, bitte. Schloss ist ins Fall. vor- und wir bleiben immer weiter in der Vorhalle. Einmal wäre er. F1, F2, F3, F4, Blblblblblblblblblblblblblbl öl! und weiter. Start travers. Ich hole nicht jedes Ding da. Man kann es in 2.3 entholen. Ich werde immer nur einbrochen. Soviel steht fest. Hallo! Oh, Hallo, wer auch immer du bist. Kommt sich ein bisschen plötzlich. Aber dürfte ich dich dagegen mit es bieten? Gibt es ein Problem? Nur wenn die Drillinger wollten überprüfen, was es mit den Blöcken auf sich hat. Seither sind sie spurlos verschwunden. Wäre toll, wenn du nach ihnen sehen könntest. Kommt mir irgendwie bekannt vor dieses Gespräch. Ähm, äh, ja klar, ich gehe sie suchen. Wie heißen die drei denn? Der rote Tick, der blaue Trick und der grüne Truck. Sag ihnen einfach, dass Zid nach ihnen sucht. Dann wissen sie Bescheid. Echt nett von dir, dass du hilfst. Du hast es zwar sicherlich vergessen, aber wenn du die drei in derselben Reihenfolge wie damals zu Zid bringst, kommst du hier raus. Du kannst es aber auch anders versuchen. Niemand zwingt dich hier zu irgendwas. Ah, ich mag diese Person nicht. Die ist negativ. Ja, super. Wie kriege ich den Block, der jetzt aber wäre raus. Das geht doch eigentlich ganz einfach. Bam, weil ich möchte den da mit dem anderen da verbinden. Huh, ha. Komm schon, verbindet euch. Verbindet! Verwenden! Magie plus 3! Ähm, hier. Zack! Schiii! Jetzt haben wir alle Kommando-Steckplätze. Kommando. Triple Folge, was zwischen da ist hin. Aufwärtssieb. Hm, ja, tue ich da aufwärtssiebchen. Und Froststurm. Da, wo Vitra ist, kommt dann Schüffelsalve. Was hat der noch? Ich geb dir da wieder. Da ist dann noch was, oder nicht? Ja, das da. Vitragar, da kommt Vitra hin. Und... Was hätte das? Frisch Sturm rauschen. Und unten kommt jetzt Vitragar mit Vitra hin. So, fertig. WTF? Man kann ja auch mit L&R switchen. Wusste ich gar nicht. Hm. Ein Schattenlursch. Ich mach auch nicht. Bäm. Ha, ha. Bäm. Puh, schau. Da ist... Tick. 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 Puh, endlich sieht die Monster weg. Jetzt kann ich wieder Ruhe, die Blöcke untersuchen. Hey, Tick, Sitz sucht nach dir. Hier ist es viel zu gefährlich. Los, ab nach Hause mit dir. Och, Menno, ich wollte aber noch nicht gar nicht zurück... Zurück... Zurückschicken? Ja. Na gut, wenn's sein muss. Ja, muss es. Dudu, dui. Ey, da ist Trick. Trick. Ey, kann ich dir irgendwie helfen? Und weiter machen wir es im nächsten Mal. Also dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.